Das rote Armband Wenn du in ein Krankenhaus eingeliefert wirst, legen sie dir ein weißes Armband mit deinen Namen ans Handgelenk. Aber es gibt auch andersfarbige Armbänder, die andere Dinge symbolisieren. Die roten Armbänder werden an toten Menschen angelegt. Es gab einen Chirurgen, der in einer Nachtschicht in einem Schulkrankenhaus arbeitete. Er hatte gerade eine Operation beendet und war auf dem Weg nach unten in den Keller. Er betrat den Aufzug und es war nur eine weitere Person dort. Er plaudete beiläufig mit der Frau, während der Aufzug nach unten fuhr. Als sich die Fahrstuhltür öffnete, wollte gerade eine andere Frau einsteigen, als der Arzt den Schließknopf zuknallte und den Knopf zur obersten Stockwerk drückte. Überrascht tadelte die Frau den Arzt für seine Unhöflichkeit und fragte, warum er die andere Frau nicht einstiegen ließ. Der Arzt sagte, Das war die Frau, die ich gerade operiert habe. Sie ist gestorben, während ich die Operation durchgeführt habe. Haben Sie das rote Armband gesehen, das sie trug? Die Frau lächelte, hob ihren Armband und sagte, So etwas wie das hier?